Ah, ich will dabei nicht aufs Handy gucken, sondern ich will das live sehen. Welches machen wir an als erstes? Das hier? Du hast die angepackt, die hättest du intuitiv genommen. Es sei denn, du willst dir aus irgendwelchen Gründen... Die hier für dich. ...die wir nicht verstehen. Ich will die. Lass mit. Aber ich will wissen, warum die andere mit dir resoniert ist. Können wir die drehen und dann nehmen wir die? Ja. Ist auf jeden Fall spannend, denn jetzt muss es die sein. Auf jeden Fall ist es spannend, wenn ich das jemals doch als YouTube-Video hochlade. Heute ist der erste Advent. Heute ist der erste Advent. Heute ist der erste Advent. Gerade noch so. Feindlich geht er. Das machen wir zum ersten Mal Adventfeiern. Ja. Das ist ja wohl, wir seit 40 Jahren zusammen sind. Ja klar. Diese Verkäuferin hat keine Ahnung, was sie angestellt hat. Nee. Das weiß ich nicht. Das ist ein Geschick. Das sieht total komisch aus auf dem Handy. Ja dein Handy, das ist ja eine unterirdische Kamera. Ja das ist... Wahnsinn. Ein echtes Mikro. Das muss eigentlich so aussehen. Das sieht genau so logisch aus, wenn ich mit dem Handy filmen was filmt. Ja. Ja. Freuen Sie sich. Freuen Sie sich? Ja ich freue mich. Das ist super schön. Ja jetzt kann ich dich nicht wirklich filmen, weil ich muss ja aufpassen, dass es im Hintergrund ist. Ja ich mach mal weg. Hallo. Hallo. Das sollst du nicht machen. Hallo. Mach es weg. So. Ja echt hübsch. Ja. 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 Ja.